aber die feure hat es für den arsch das ist immer so ein ding ich habe so richtig für nach schon von 8,9 auf 2,7 bei einer submachine gun ja hier geht es weiter ok jetzt sind sie weg jetzt sind sie weg Ja, ist ganz komisch. Na, could be. Ist schon rausgerannt. Ja, klar. Ja, aber ich glaube, die kämpfen gegen die anderen. Nun lasse doch. Ja, toll. Idiot. Sie haben mal umgedreht. Was soll das? Der ist sowas von badass, Alter. Sein Bild ist sowas von badass. Gleich nicht mehr. Ja, vielleicht doch. Alles daneben geschossen. Ja. Ich greife die Trefferquote nach oben. Das ist großartig. Das ist großartig. It is. Oh, meine Map ist verbacken. Gut. Jumpe die Jumpe. Wir müssen nach links. Ja. Da lang. Ich muss mal an, dass die anderen Stationen in die andere Richtung landen. LOL. Ops. Pangoli wähl ich die Liebe, die plumierte? Bitte was? Ja, okay, die sterben, aber ich kann nicht nur auf die Ziele, du tötest die einfach zu schnell. Was soll das? Entschuldigung, jetzt muss ich nachladen. Da kannst du was tun. Okay. Maybe not. Sag. Oh-oh. 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 Evakuierung. Granate. Oh shit. Oh shit. Oh, na was hängen. Ah. 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 Hier liegt ein Meff-Kit. Ah, jetzt nicht mehr. Okay, durchgelaufen. Awesome. Swing, swing, swing. Ah, je, je, je. Ich hab halt auch beide genommen, obwohl eins gereicht hätte. Hupf. Could be. Basu. Müll. 1000 Dollar erhalten. Okay, danke, tschüss. Open? Won't open. Ich bin in dem Kommando-Dings hier drin. Ja, okay, cool. In einer Etage weiter unten von der Tür, die zuhör. Cool. Da draußen. Cool. I guess. Ja. Yeah? Ja. Hängen geblieben. Okay. I'm coming. Ah, da Auto. Oh, ey. Miep. Das kann nicht richtig sein. Das ist der Eingang. Oder so. Wahrscheinlich kommt man hier regulär hin, so. Weil wir sind ja jetzt quasi... Na toll, da hat sich gelohnt mit dem Auto. Ah, je, 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 je. Ich dachte, das wäre ein bisschen offener, aber wahrscheinlich nicht. Nope. Transmitieren Sie die Konsole. Ich transmitiere gleich deine Mutter. Okay. Hä? Ach, mein Questmarker ist wieder verpackt, oder wie? Yo. Folgen Sie mir. Folgen. Nicht vorbeilaufen. Ah, ja. Okay. There it is. Wow, okay, bye. Okay. Wenn du gezielte Waffenkategorie skillen möchtest, dann solltest du dann die Gegner dann finishen. Du kriegst auch EP für die Kategorie, wenn du Gegner damit nicht tötest, sondern die haben wir nur draußen, dass die sterben. Okay. Also ich kann zum Beispiel jemanden mit meinen Skill töten und krieg dann trotzdem ein Shotgun-EP, wenn ich einen Shotgun aufgelöstet habe. Ah. I'm down. Why is he not dead? Na, so geht doch. I got a math kid, so let's do this. Das war so schön, wie ich. Also neulich hatten wir Borderlands gespielt und ich war dann so, irgendwie wäre es doch klüger gewesen, wenn die Mediampullen Prozente heilen und nicht einen festen Betrag. Ja. Dann hab ich kurz nach Borderlands 2 gespielt, rat mal, was da anders ist. Ja, das Spiel hier ist halt auch schon was älter, die Mechaniken sind etwas veroutet. Aber ja, da ist es so, ne? Ja. Guck mal, ein Klassen-Mod für dich. Bang, großartig. Yeah, großartig. Ich innerlige einfach alles. Okay, bye. Da ist Kiste, Alter. Kiste. Kiste. Wollte aber auch keinen Nachschnitt da sein, also wirklich kann es nicht gewesen sein. Ja. Nicht doch. Nicht doch. Get down. Alter. Nimm das. Von wegen, Elite. Ja, von wegen, Elite. Bisch. Das ist großartig. Yes. Ich muss nur neben denen stehen und die sterben. Mie. Verstehst du, weil ich dann explodiere und die massiv Schaden kriegen? Yeah, yeah. That makes sense. Ich bin ein Comedy-Biener. Ja. Hallo. Fuck. Das musste ja jetzt sein, ne? So, jetzt zu dir. Pitch, Alter. What? Komm, 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 komm. Also. Keine Chance, hat er. So, ist der nächste, der mich jetzt runtergunt? Nee, doch nicht. Hä? Oh nein. Da kommen wieder weg, dann. What? Wo? Hinter uns. Hinter einer. Vor uns. Der ist. Der pisst mich an. Die Strahlen kommen aus seinem Schritt. Ja, ich glaube auch. Was stimmt denn mit denen nicht? Okay, ich habe schon mal einen weggebasht. Game over, Alter. Loll. Ohoho. Ohoho. Ich wäre übrigens übel dumm, denen gute Dropshanken zu geben. Ja, schon. Kommt man nämlich dezent schlecht an den Leut, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Dann noch ein Geschütz. Äh, leider. So, was habe ich noch nie ge- Pfff, pfff, pfff. Dead. Okay, gut. Erstmal nachladen. Oh shit, ich brauche gleich wieder Shotgun-Munny. Dringend. Im Dach ist noch ein... Hopp. Der Boomstick ist halt schon ein bisschen geil, da. Irgendwie schon, ja. Noch mehr Beute. Noch mehr Beute. Ich wollte die Feuerrate ausprobieren, da stand ein Fass, kann ich nix für. Nicht meine Stille. Ja, ja. Abliefern. Und eine bessere Transfusionsgranate. Ist es denn schon Weihnachten? Ja, it is. Hi. Okay. Bye, ihr zwei. Mioink. Schade, aber okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Kannst in Teil 2 du Sirene spielen, dann kann ich dir die ganze Zeit auf die Boots schnappen. Niet. Mach du mal Sirene, ist schon okay. Ich mag es. Aber in Teil 2 siehst du dich selbst auch im Menü? Echt? Na gut, dann... Nein. Ich wollte aber eigentlich wieder irgendwas Soldatenmäßiges spielen. Den wollte ich gerade wegbangen. Der hat sie schon zerlegt. Was für ein Opfer. Ja. Mioink. Ah, Muni. Mioink. Du als Erster bei der Kammer sein musst du die Koko Reins auch sein. Willst du als Erster bei der Kammer sein? Nein. Absolut. Nur weil du es gesagt hast, Markus. Daff. Das ist das. ます Schadig. Da ist ein Import song. Wasn nicht sicher. Nun hasst die Musik machen. Ich binult success. Ruhe. Dascar... Korea.